Gleich ist er eisig. Elf Grad. Was will der Ian? Ach ja, den Atemregler tauschen. Jetzt noch die Maske ausblasen? Kein Problem. Ian hatte ja schon eine Überraschung. Noch mal einen ersten Tauchgang. Ein erstes Erinnerungsstück. Gleich recht am Anfang schon einen. Da hab ich auch, hab ich schon gefragt. Sollen sie dann doch mal zugebissen haben. Sind aber sehr, sehr neugierig. Der will wohl mal schauen, warum eine Tauchflache... Gleich ist er eisig. Elf Grad. Was will der Ian? Ach ja, den Atemregler tauschen. Jetzt noch die Maske ausblasen? Kein Problem. Ian hatte ja schon eine Überraschung. Noch mal einen ersten Tauchgang. Ein erstes Erinnerungsstück. Gleich recht am Anfang schon einen. Da hab ich auch, hab ich schon gefragt. Sollen sie dann doch mal zugebissen haben. Sind aber sehr, sehr neugierig. Der will wohl mal schauen, warum eine Tauchflache... ...und die Long-Till-Damage, Sir. Okay.